Hallo, servus beinand, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man eine HK45 von der Firma Spanner ganz einfach in Betrieb nehmen kann. Ihr nehmt den Hauptschalter rüber, dann ist die Anlage startbereit und dann nur aufs Knöpfchen drücken. Dann fängt die Anlage an. Was ihr als erstes macht, ist eine Startüberprüfung. Das heißt, sie schaut erstmal, ist die Anlage dicht, sind alle Klappen dicht und dann wird später der Motor starten. Schauen wir uns das mal an. Vorhin vorhin. Ratschleife Möpferle Ratschleife Ratschleife WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR